Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Es ist wirklich lange Zeit her, dass ich ein Video gemacht habe. Das liegt daran, dass wir voll in Progress gesteckt haben, bis zur letzten Woche der aktuellen Season. Hier kommt unser Kill-Video von RASCHOK. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Zieht es euch rein. Danke fürs Zuschauen. Vergesst nicht, dem Video ein Like da zu lassen und den Kanal zu abonnieren. Es werden definitiv mehr Videos wieder kommen zum Start der neuen Season. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch weiterhin und wieder dabei seid. Viel Spaß jetzt beim Kill-Video. Hinten an der Wand die Ohr abnehmen. 1, 2, 3, kleine Soaks und 4. Nutz bitte den Duster auf dem Boss. So, wir nehmen die Orb hier vorne direkt an der Feuerfläche. So weit wie möglich weg von der Mitte das Ding. Großer Soak, 1 und 2 zusammen. Jetzt. 3, 2, 1. Und pumpen, Leute. Nächster Orb kommt. Die Orb hinten an der Wand nehmen. Danach kommt der Frontal. Wir weichen alle nach rechts aus bei dem Frontal. So, jetzt wichtiges Ausweichen. Und pumpen, Leute. Sehr gut, Leute. Sehr gut. Das sieht richtig gut aus. Konzentrieren. Wir nehmen die Orb hier an der Wand. Nicht von den Lavaflächen treffen lassen, Leute. Großer Soak. Wichtiges Ausweichen. Wichtig jetzt. Ausweichen. Eins. Zwei. Drei. Kleine Soaks. Und vier. Kleine Soaks kommen. Aufheben, Zuntes. Da ist ein Soak durchgekommen. Wir nehmen die Orb hinten an der Wand. Spielt die kleinen Soaks, Leute. Speed, Speed, Speed. So, großer Soak. Wichtig jetzt ausweichen. Eins. Zwei. Drei. Und vier. So, wir nehmen die Orb hinten an der Wand. Frontal kommt. So, wichtig jetzt ausweichen. Wichtig. Und pumpen, Leute. Sieht sehr gut aus. Drei. 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 Letzten zwei Sekunden. Drei. 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 Ausweichen. Nächsten Orbs kommen. Wir nehmen die Orb hier vorne links an der Feuerfläche. Nicht überlappen. Danach wird der Boss ein Stück gezogen. Drei. Wichtig ausweichen, Leute. Wichtig ausweichen jetzt. Alle in den Soak. Wichtiges ausweichen jetzt. Drei. 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 Soak. Soak. Kleine Soaks, verteilt euch. Danach nehmen wir die Potions. Alle die kleinen Soaks spielen. Drei. Hochheilen. Nächster Jump. Ja, großer, großer Soak jetzt. Wichtiges Ausweichen, Leute. Wichtiges Ausweichen jetzt. Alle ins Totem. Traurig aufheben, schnell. So, gleich Dev-CDs nehmen. Gruppe nochmal hochheilen. Letzter Jump kommt jetzt. Wir nehmen den Jump hier an der Wand. Alle Dev-CDs sehen, Dev-CDs und Healing Potions. Healing Potions. Und aus dem Frontle. Frontle liegt gut. Alles ziehen, was geht, Leute. Vollgas, vollgas. Alles ziehen, was geht. Geht's jetzt zum Kill? Kippt ihm. Geht's jetzt zum Kill? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, du Scheiße. Endlich. Also morgen hat er keine Stimme mehr. Endlich so. Ja, 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 ja. Endlich. Ich soll ja nichts sagen, aber jetzt haben wir uns Urlaub verdient, oder? Jamen. bara. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja.